Mittwoch, der 3. April 2019. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Mirjam Hanna. Liebe Zuschauer, ich merke es ganz deutlich, mit einer Stunde weniger Schlaf fühlt es sich erst richtig nach Frühling an. Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch. Weltparty-Tag ist heute und einen schönen Jackpot habe ich zu bieten. Lassen Sie uns also bitte direkt loslegen. Kugeln und Ziehungsgeräte sind wie immer ordnungsgemäß kontrolliert. Ich sage viel Glück und Ziehung frei. Ein Blick über die Schulter zeigt uns, 5 Millionen haben wir heute. Liegt daran, Sie wissen es schon, dass der erste Gewinnrang bei Chris am Samstag unbesetzt blieb. Und so kommen wir zur ersten Zahl für heute, meiner Lieblings-Lotto-Zahl. Es ist die 13. Bei der zweiten Gewinnklasse sah es nicht anders aus. Unbesetzt, unbesetzt. Also niemand, der einen einfachen Sechser ergattert hat. Das ist gut für uns, für die heutige Ziehung. Und unsere zweite Zahl heute ist die 2. Passt auch schön. Die richtigen 7 Ziffern bei der Zusatzrotterie Spiel 77 hatte auch niemand. Und wunderschöne, satte 2 Millionen Euro sind hier heute zu holen. Und die dritte Kugel ist Chris' Lieblingskugel. Das ist die 7. So, meine Lieblings-Lotterie, die Super 6, hat es rausgerissen. Auf die ist Verlass. 2 mal 100.000 Euro gehen raus nach Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch zu Westlotto. Kugel Nummer 4 ist da. Es ist die 22. Ja, ne, liebe Zuschauer, wenn Party-Tag ist heute. Echt, den gibt es wirklich. Erstmals fand der Tag 1996 statt. Und es soll einfach die Leute animieren, mehr zusammen zu machen. Also mehr Gemeinschaft. Und unsere 5. Kugel ist die 9. So, da schließe ich mich wirklich gerne an. Das können wir auch. Und fange gleich hier mit unserer Tipp-Gemeinschaft damit an. Das fördert ja auch das Miteinander, ne? Und das Gemeinschaftsgefühl. So, unsere 6. Und letzte Kugel heute ist die 5. So, und hier schön in einer Reihe die 6 richtigen vom heutigen Mittwoch für unseren Jackpot. Sie wissen es, brauchen Sie noch etwas. Nämlich die richtige Superzahl. Und die ziehen wir jetzt. Ich drücke nochmal die Daumen und sage, viel Glück und ziehung frei. Was ein schöner Tag heute am 3. April. Weltparty-Tag. 5 Millionen sind im Jackpot. Und dann noch eine so herrliche Besuchergruppe bei uns im Studio. Winkt mal und schreit mal, dann könnt man euch sehen. Unsere Superzahl heute ist die 6. So, es ist vollbracht. Damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die schauen wir uns gemeinsam in sortierter Reihenfolge nochmal an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 2, 5, 7, 9, 13, 22. Und die Superzahl ist die 6. So, die Zusatz-Rotterien werden ja bereits immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77. 2, 3, 6, 5, 2, 3, 6. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 2, 5, 9, 8, 4, 3. So, damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Liebe Tipper, nicht vergessen, auf Lotto.de können Sie alle Quoten und Gewinne nachschauen. Und natürlich noch ein bisschen nach uns schauen und stöbern. Ich wünsche eine wunderschöne restliche Woche. Bis Samstag um 19.25 Uhr. Dann sind wir wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Live-Ziehung der Lottozahlen.